Musik Kando von Bacchabel, mensen. Musik 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 Amen. Amen. MUZIEK 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Soll man das in Königsgasse machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Alles super. Ja, okay. Und das geht nur mit dem Filome. Wir sind noch sehr, sehr dankbar für Ihre kommst von morgen und für Ihre musikale Beitrag. Und auch ein gewöhnlich Applaus für dieses Filome. Und das geht nur mit dem Filome. Die Filome zullen wir zometeen verloosteren nach der Musik. Weil die Familie-Kore von Rossell singt, wie nicht allein in die Kirche, aber auch die Boete bei Taal von Festivitäten. Dus als ihr wollt, zometeen können wir verloosteren nach der Familie-Kore. Ja. 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 Ich bin ja auch, wenn ich hier nicht bin. Das stimmt. Ich muss auf jeden Fall ein langer Zeit treten. Hast du dein Arm aufgenommen? Nein. Okay. Hast du dein Arm noch nicht geladen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es angesehen. Ich weiß, wer mich stolt. Na ja, ich bin verrückt auf Facebook. Ich kann doch doch mit der MDR an der Sätze hängen. Ich bin ja verrückt auf Facebook. Ja, das ist gut, das ist gut. Das war's für heute. Weil es verstehen. Geh ihr jetzt wieder. Geh ihr jetzt ein bisschen mehr. Wir haben jetzt ein bisschen mehr in den Börkchen. Ich würde ganz gut nach dem, dass du heim bist und das Freudehof ist, was ich auch sei. Wir haben auch einen Schöntgenlampplatz. Wir haben den Platz für Rückenkunde, weil die Alten Menschen haben auch Plätze für Rückenkunde. Wir haben den ganzen Tag verholt, weil wir die ganze Zeit, ich gehe ein paar Jahre später, ich denke es ist natürlich auch ein bisschen. Ich habe es nicht gehört, dass ihr auch ein Problem habt, das zu mir ganz ehrlich ist. Ich hoffe, dass ihr euch zu sagen habt, dass ihr euch zu sagen habt. Ja, das ist ein Problem. Ich habe es mit uns geheimd. Ich habe es mit Usseu-Bolgemeester. Ich habe es natürlich auch, dass ihr einen Bühlenort für die Einheit vergeben wird. Und das gibt es natürlich einen Bühlenort für die Einheit. Und das ist ein Rössens-Bössens. Aber von Rosselstwemann an es. Die Heer zult bei euch sein. Die Heer soll die wir waren. Zeker wie ihr da macht euch verpasst, der Vater, der Zog, und der Heilige Verkeers. Amen. Wir müssen uns alles dafür sorgen, dass wir uns das haben. Wir müssen das nicht das haben, wir müssen das haben. Wir müssen das. Das ist eine große Sache. Das ist eine Menge Leih. Wir müssen nur noch einmal sagen, die sich ausländen. Siegelig! Mit zwei auf ein Drehen bringen wir ab. Was ist sie, ist eine Spannung? Nein, sie ist richtig. Jäuble, diese Spannung. Musik 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 Und wir haben die Pizzica, wir haben die Pizzica-Danzer, das ist die Taranta, das ist von Salento in Pugner, hier oben da. Und Maria, die Frau da, die Schwarte Glische, die die Ruhe ist, das ist die traditionelle Klederbrache, die Pizzica-Danzer. Und für alle Italien, Maria, die Frau da, die Frau, die Pizzica, die Pizzica-Danzer. Hey! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.